Herzlich Willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch Maskulin Mixtape 4 von Maskulin. Alle weiteren Informationen zu diesem Mixtape, der Trade-List und dem Bundle-Inhalt, sowie natürlich auch die Links zum Mixtape und zum Bundle, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Maskulin Mixtape Nummer 4 von Maskulin, das Ganze im Jahr 2014 erschienen. Wir haben hier einmal das Album bzw. das Mixtape an sich und als zweiten Bundle-Inhalt haben wir hier ein Shirt mit dabei. Wie immer starten wir mit der Musik, in diesem Fall mit dem Mixtape. So sieht das Ganze aus. Maskulin Mixtape Nummer 4 lesen wir hier, Straßenträumer G-Hat Edition. Wir erinnern uns, bei Maskulin Mixtape 3 stand ja Silla im Vordergrund, Audio Anabolica Edition hieß das Ganze und in diesem Fall ist es dann die Straßenträumer G-Hat Edition, also hier liegt der Fokus dann auf G-Hat. Das Ganze kommt in einem Super Jewel Case, ist in einem Türkis gehalten, also der Rahmen hier und dann haben wir hier mittig die vier Herren von Maskulin, Links Flair, dann in der Mitte G-Hat, Rechts Silla und hier im Hintergrund Animus. Und wir haben hier jede Menge 100 Euro Scheine, die hier durch die Gegend fliegen bzw. die Herrschaften hier eingewickelt haben. Auf der Seite lesen wir auch Maskulin Mixtape IV, also Römisch 4, G-Hat Edition, Amazon Edition. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. Wir haben hier insgesamt 15 Tracks an der Zahl, inklusive der Infos, welcher der Herrschaften an dem Track beteiligt war. Wir haben hier einige Solo-Tracks, aber auch sehr viele Collabo-Tracks mit dabei. Und von diesen 15 Tracks sind 12 davon mit G-Hat oder G-Hat-Beteiligung. Also das ist echt eine Ansage. Und dann haben wir noch CD Nummer 2 mit Instrumentals und T-Shirt in der Größe L. Gut, dazu kommen wir gleich noch. Barcode haben wir hier und die Credits. Und dann hier, das dürfen dann wohl die Hände von G-Hat sein, die hier einen Bündel 100 Euro Scheine umfassen. Dann schauen wir mal hinein. Wir haben hier einmal das Booklet. Hier ist einmal G-Hat. Dann Animus, natürlich in Maskulin Merch. Silla. Dann haben wir hier die Tracklist. Inklusive der Infos, wer das Ganze produziert hat. Das zieht sich dann hier so durch. In diesem Türkis gehalten. Und dann gibt es hier auch nochmal die Credits zum Album. Gut, also wir sehen schon das Artwerk in lila bzw. türkis gehalten. So sieht dann die CD aus. Und sehr ungewöhnlich, wir haben hier CD Nummer 2 dahinter. Also oftmals ist das ja so mit einem Zwischenteil, dass man das hier so wegklappen kann und dann auf der Rückseite die Instrumental CD findet. Aber in diesem Fall hat man die hier einfach darunter gepackt. So sieht das aus. Sehr schön gelöst worden. Auf jeden Fall weitaus besser als so eine Papphülle, so eine Digisleeve Variante. Dann kommen wir zum Shirt. Dieses ist in schwarz und violett. Und bevor wir die Folie entsorgen, haben wir hier dann noch einen Barcode. Und wir lesen hier L. Flair T-Shirt schwarz, maskulin Mixtape 4, Amazon exklusiv. Ja, also diese Variante gab es damals nur über Amazon. Dieses Bundle, dieses Mixtape mit Shirt. Wir haben hier ein schwarzes Bundle mit einem großen violetten M, dem maskulin M hier auf der Vorderseite. Hier unten lesen wir dann noch maskulin. Ansonsten ist das Ganze hier in schwarz gehalten. Auch auf der Rückseite haben wir nichts weiter drauf. Und wir haben es hier zu tun mit einem Gildan Heavy Cotton in der Größe L, 100% Baumwolle und Made in Haiti. Grüße gehen raus. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in dieser Bundle Edition befindet. Einmal das eben gezeigte Shirt in der Größe L in schwarz und violett gehalten. So wie natürlich das Mixtape mit insgesamt 15 Tracks und Instrumental Disc. Ja, mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. dem Mixtape und dem Bundle? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr maskulin unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt aber euch auf. Ciao.